Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Talos Principle Route Together mit einer erneuten Lesestunde, damit wir uns wieder ein bisschen bilden können, ein wenig den Kopf abschalten können und ich dann mal schaue, ob ich dann irgendwie vielleicht wieder die Energie getankt habe, die weiteren Rätsel dort zu lösen. Die nächsten Sachen, die hier anstehen, sind verschiedene Anhänge. Das heißt also wieder, dass das irgendwelche verschiedenen Geschichten höchstwahrscheinlich sind. Also lehnt euch wieder zurück, macht die Augen zu und versucht die Geschichten dann jeweils zu genießen. Aber wir schauen doch einfach mal ganz genau. Vielleicht ist es ja auch nur eine normale Geschichte. Okay, was haben wir denn da? Mr. Mellcybers Theorien über Atlantis. Ein bisschen sehr, sehr alte Geschichte. Wow, das ist atemberaubend. Muss fantastisch gewesen sein, damals gelebt zu haben. Natürlich sind die einzigen Quellen letztlich selbst atlantischen Ursprungs, also sollten wir ihnen nicht unbedingt trauen. Geschichte wird immer von den Überlebenden geschrieben. Vorsinnflutlich ist ein tolles Wort. Und das ist wirklich inspirierend. Großartige Kulisse für eine Geschichte. Nur zu, Lilith. Ich würde gerne sehen, was dir so einfällt. Okay, das scheint tatsächlich diesmal nur eine Geschichte zu sein und kein Abenteuer, welches wir erleben. Mr. Mellcybers Theorien über Atlantis. Gemäß den Wissensbruchstücken, die uns überliefert wurden, war der Kontinent von Atlantis eine Insel, die vor einer großen Flut in einem Ozean existierte, welcher heute Atlantik genannt wird. Man sagt, dass die Insel so groß war, dass Seefahrer, die für ihre Schönheit und ihre reich verzierten Schiffe bekannt waren, von ihrer westlichen Küste aus sowohl den Süd- als auch den nordamerikanischen Kontinent ohne Schwierigkeiten erreichen konnten. Der Kontinent Afrik, von dem unsere Vorfahren stammten, war ebenfalls über eine schmale Meerenge erreichbar. Die Zivilisation, die in Atlantis aufblühte, war in Weisheit und Ruhm unübertroffen. Aber dann brach eine Katastrophe über sie herein. Eine Flut, deren Zerstörungskraft alle bisherigen Vorstellungen überstieg, welche die atlantische Zivilisation einfach nicht überwinden konnte. Allerdings hatte die vorsintflutlichen Wissenschaftler von Atlantis ihr Schicksal vorhergesagt und schickten zwölf Schiffe, um auf den ganzen Erdballkolonien zu gründen. Die meisten Atlanter gingen mit ihrer Insel unter, aber nicht alles war verloren. Obwohl die klassischen menschlichen Zivilisationen bloße Überbleibsel der atlantischen Kultur darstellten, gediehen sie doch auf ihre eigene Art und Weise. Quellen deuten darauf hin, dass viele mythologische Geschichten in der Tat von der atlantischen Geschichtsschreibung abgeleitet wurden. Zum Teil durch mangelhafte Archivierungsmethoden, zum Teil durch Missverständnisse und oder Verschönerung durch spätere Generationen, wurden langsam Fakten in Legenden verwandelt. Die Götter, die in vielen Mythologien erscheinen, waren tatsächlich Reflexionen realer Personen, Dichter, Ärzte, Landwirte, Wissenschaftler, Zauberer. Die Atlantis auf den zwölf Kolonieschiffen entkommen konnten. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte von Atlantis die Geschichte des hartnäckigen Fortbestands einer Zivilisation durch Katastrophen und Veränderungen. Diese Geschichte inspirierte unsere Vorfahren über Jahrhunderte und ist auch für uns von Wert. Eine sehr alte Geschichte über Atlantis. Gut, wunderbar. Dann... Episode 126, Episode 127. Dann machen wir das doch mal in der Reihenfolge. Die Abenteuer von Jefferson Goldboom in Menschenwelt. Dann... Achso. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte jetzt erst die Geschichte auswählen. Na gut, dann lesen wir erstmal, was die alle so zu sagen haben. Hey Leute, es ist mächtig, was los hier in Gärna. Aber verpasst bloß nicht die neue Folge. Vergnügen? Gleich wahr. Mit all den komischen Gerüchten, die hier in letzter Zeit die Runde machen, bin ich froh an die Schönheit der Welt, die wir hier erschaffen haben, erinnert zu werden. Hey, ich bin frei, aber ich schaue immer noch regelmäßig vorbei. Ich liebe diese Geschichte. Ein Hurra für die Dinosaurianer. Dinosaurianer, oh, bin ich ja mal gespannt. Dinosaurianer? Erinnert mich gerade so verdammt an die, ähm, an die, äh, Serie, die es mal gab. Und zwar nämlich die Dinos. Schön mit Brille auf, ne? Die Dinosaurianer. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach da. Ähm, das ist ziemlich schlau. Ich habe ja immer gedacht, dass die Geschehnisse von Folge 69 die Handlung irgendwann mal beeinflussen würden. Aber ich bin doch überrascht. Danke, Lilith. Mit dieser Enthüllung habe ich besonders lange gewartet. Ausgezeichnet. Äh, weißt du, das ist bei Weitem nicht so tief wie die Beiträge von The Blacksmith. Oder so seltsam wie die von Belial. Aber ich lese immer weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob Dinosaurianer gepanzerte T-Shirts tragen würden. 4 von 10. Es ist nur eine Geschichte, Frankenstein. Es geht darum, Spaß zu haben. Weiter so, Mel. Hoppla. Danke, Admin. 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 Ich bin sehr geehrt, dass du meine Geschichte liest. Ach so. Ehrlich jetzt? Jetzt haben sie für... So, eine etwas längere Geschichte mal wieder. Einmal strecken. Einmal recken. Einmal die Abenteuer des Jefferson Goldboom in Menschenwelt Episode 126, auf die ihr so lange gewartet habt, folgt jetzt. Die Realität wurde unscharf. Winzige blaue Symbole schwebten durch die Luft. Stimmenhallen in der Ferne. Dann tat sich eine unermesslich große Landschaft vor ihnen auf. Tausende von Türmen, einer neben dem anderen, reckten sich in den Himmel und verschwanden in den Wolken. Jeder Turm war mit verschiedenfarbigen Federn bedeckt, die im transdimensionalen Wind flatterten. Ach du liebe Güte, flüsterte Ginny HD voller Ehrfurcht. Jefferson konnte nicht antworten. Er war zu sehr von der Schönheit der neuen Dimensionen überwältigt. Er ergriff seine Gitarre und improvisierte ein neues Solo, um seine Gefühle richtig auszudrücken. Wer hat wohl diese erstaunlichen Strukturen erbaut? fragte Ginny. Es gibt nur eine Möglichkeit. Erinnerst du dich an unsere Paleo-DNA-Forschung am Institut? Du glaubst doch nicht, aber es macht Sinn. Natürlich. Ja, schau dir nur die Größe der Gebäude an. Wer sonst würde so viel Platz brauchen? Das stimmt. Die Dinosaurianer. Als ob sie von Ginnys Worten herbeibeschworen worden wäre, raste in diesem Moment eine Gruppe Raptoren auf Motorrädern die Straße herauf. Sie trugen Bandanas auf ihren Köpfen und gepanzerte T-Shirts an ihren Körpern. Freunde, sagte Jefferson, wir sind aus der Menschenwelt gekommen, um euch zu helfen. Wir sind nicht eure Feinde. Aber die Raptoren schienen ihn nicht zu verstehen. Sie stiegen von ihren Motorrädern mit rostigen Rohren in den Händen und Augen, die wie Laserstrahlen glühten. Diese Situation könnte sehr schnell gefährlich werden. Doch dann hatte Ginny eine Idee. Jefferson, spiel den neunten Akkord. Aber so wurde die Dimension erschaffen. Ihn hier zu spielen könnte das Universum zerstören. Nein, Jefferson, ich habe es berechnet. Bitte vertrau mir. Ich weiß, dass du mich seit Jahren nicht gesehen hast und dass du Angst hast, dass der böse Dr. Elion mich verdorben hat. Aber du kennst mein Gehirn. Sie waren jetzt sehr nah und Jefferson sah in ihren glühenden Augen große Intelligenz, aber auch große Wut. Offensichtlich glaubten sie, ihre Heimat vor Angreifern zu beschützen. Und obwohl Jefferson der größte Krieger aller Zeiten war, wollte er doch nicht kämpfen. Gewalt wurde ihm beigebracht, ist die erste Zuflucht der Inkompetenten. Ich vertraue dir, sagte er. Sie hielt seine Hand, zusammen spielten sie den neunten Akkord. So, damit habe ich dann die Geschichte auch abgehakt. Das Gute ist, man kann jetzt hier direkt weiterlesen, damit man weiß, nämlich wie das ganze Ding jetzt weitergeht. Also, nachdem sie natürlich den neunten Akkord gespielt haben. So, was haben wir denn da? Hey Leute, eine neue Folge. Ich kann nicht aufhören zu schreiben. Wir sind... Entschuldigung. Wir sind einem wichtigen Wendepunkt nah. Dies scheint eine der persönlichsten Episoden, die du bis jetzt geschrieben hast, zu sein. Genies Rede kommt sehr plötzlich, aber sie gibt dem Charakter viel mehr Komplexität. Und nein, nicht der löstronische Superantrieb. Selbst der Kriminalmagier fand es unmoralisch, ihn zu benutzen. Was denkt sich Dr. Elion? Ich hoffe, sie schaffen es zurück. Sehr plotlastig, nicht genug Charakterisierung. Lenkt die Serie in eine potenziell interessante Richtung. Fünf von zehn Punkten. Gut, Frankenstein. Frankenstein hat zumindest letzte Folge vier gegeben, jetzt fünf. Scheint sich also grundsätzlich zu bessern. Sam ist wieder voll dabei. Vergnügen gleich wahr. Ich bin froh, dass sie das ohne Gewalt bewältigt haben. Ich habe immer geglaubt, dass die Dinosaurianer ein zivilisiertes Volk sein würden. Kurz nachdem ich das hier gepostet habe, hat Uriel mich befreit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deine Geschichten sind ein wichtiger Teil. Es tut mir leid. Oh, Hilfe. Ich muss erstmal kurz einen Schluck trinken. Oh Gott. So, jetzt hoffe ich, dass das ein bisschen besser wird. So, ja. Deine Geschichten sind ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft mehr. Uriel kann das nicht ändern. Und Episode 127 lesen die wohl anscheinend ein bisschen länger ist als die letzte Episode. Der neunte Akkord hallte durch die neunte Dimension. Die Dinosaurianer blieben abrupt stehen. Ihre Augen wurden rund. Sie ließen ihre Waffen fallen und verbeugten sich vor Genie und Jefferson. Ehrwürdiger Gast, sagte einer von ihnen. Du hast unsere Nationalhymne ausgezeichnet gespielt. Ich bin John Malclom, Anführer der Velociraptor Motorradinitiative. Freut mich, dich kennenzulernen, John. Ich bin Jefferson Goldboom vom Goldboom-Institut. Und das ist Professor Genie HD vom Kazurati Weierstraß Jazz Ensemble. Es tut uns leid, dass wir euch beinahe angegriffen haben, aber ein anderer Angehöriger eurer Spezies ist kürzlich durch unsere Gemeinde gereist und sein Verhalten war sehr unangemessen. Das war Dr. Elion, mein Erzfeind, sagte Jefferson. Ich bin hierher gekommen, um ihn mit seinem Verbrechen zu konfrontieren und ihn vor Gericht zu stellen. Das war also sein Name. Ein fürchterlicher Schurke. Aber ihr werdet ihn nicht mehr in unserer Dimension finden, meine Freunde. Er ist zurück in die Menschenwelt geflüchtet und er hat unsere wertvollste Erfindung mitgenommen. Den lustronischen Superantrieb. Er kann jedes Rätsel mit unglaublicher Geschwindigkeit lösen. John Malcolms Augen waren voller Bedauern. Oh nein, sagte Genie. Mit dem lustronischen Superantrieb kann er das uralte Rätsel, das das Tor der mysteriösen Holomorphen beschützt, lösen. Und mit holomorphischer Technologie kann er die Menschenwelt beherrschen, beendete Jefferson ihren Satz. Das ist viel schlimmer, als ich dachte. Wir müssen etwas tun. Wir müssen zurück. Jefferson rückte seine Gitarre zurecht. Du hast recht, Genie. Wie immer. Aber er ist uns so weit voraus. Können wir es überhaupt schaffen? Jefferson, ich war jahrelang gefangen und manchmal habe ich die Hoffnung aufgegeben. Aber mir wurde klar, dass ich weitermachen musste, dass ich die Hoffnung nicht sterben lassen durfte. Auch wenn es unmöglich erschien, dass ich jemals entkommen würde. Denn die Alternative war Wahnsinn. Ich habe mir gesagt, dass ich entkommen würde, weil ich entkommen musste. Und genau ist es jetzt. Können wir es schaffen? Wir müssen es schaffen. Und deshalb müssen wir glauben, dass wir es schaffen können. Und wir werden es schaffen. Um jeden Preis. Um jeden Preis? Sogar wenn wir dabei sterben. Wir könnten hier bleiben, weißt du. In der neunten Dimension würden wir wie demokratisch gewählte Regierungsoberhäupter behandelt werden. Du weißt, dass es das Richtige ist. Er seufzte. Dann lächelte er. Er streckte seine Hand aus. Das wusste ich schon immer, Genie. Immer. Sie nickte und ergriff seine Hand. Packen wir es an. Aber ich glaube, das war die letzte Episode, ne? Weil ich habe hier nirgendwo mehr Jefferson Goldblumen gesehen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Entschuldigung. So, das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen doof, weil... Ich hätte schon ganz gerne gewusst, wie das jetzt weitergeht. Ob sie Dr. Elion finden. Diesen luströnischen Superantrieb wieder beschaffen könnten. Aber gut. Das sind alles nur noch Spekulationen, mit denen wir leider nicht mehr arbeiten können. So. Ähm. Mal gucken. Ich mach mal... Ähm. Ich weiß nicht. Weil ich will jetzt nicht mehr Anhänge machen. Mit Blick auf die Zeit natürlich wieder. Machen wir mal ein kurzes Erlebnis von... Dale. Wieder herstellen, bitte. Ich hoffe... Nein. Stelle Anhang wieder her. Okay. Nein. Jetzt bin ich doch in einer Geschichte gelandet. Äh. Egal. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also, was haben wir denn? Schließ deine Augen. Du befindest dich in einem kleinen Raum ohne Laser. Es ist ein Büro. Es gibt einen Computer. Äh. Dann schließe ich mich mal an den Computer an. Du bist kurzzeitig erstaunt, als deine fleischigen Finger die Tastatur mit menschlicher Ungenauigkeit begrapschen. Das sind keine mechanischen Objektmanipulatoren. Das sind Hände. Du merkst, dass das Logo vom Bildschirm verschwunden ist und durch Reihen von unverständlichem Code ersetzt wurde. Es scheint sich um ein teuflisches Rätsel zu handeln. Oh nein. X extrapolieren und die Standardabweichung benutzen. Das Diagramm nach Abteilungen farbkodieren. Machen wir mal das Diagramm nach Abteilungen farbkodieren. Du tust, was du kannst, aber diese Welt ist dir fremd und deine Finger wollen sich nicht benehmen. Ein menschliches Wesen betritt den Raum. Es scheint dich mit wütenden Augen an, macht laute Geräusche und wedelt einen Stapel Papier. Das ist so ähnlich wie E-Mails, wird aber aus Bäumen gemacht. In deine Richtung. Trauer schwillt in deiner Brust. Du warst ein schlechter Mensch. Also bin ich jetzt ein Mensch? Ja, anscheinend ich bin ja ein Mensch. Ich hab ja fleischige Hände, ne? Die Trauer ignorieren und das Rätsel lösen. Die Trauer ignorieren und die Gegend erkunden. Wir konzentrieren uns mal auf die Trauer. Gott weiß warum. Blitzschnell ist der andere Mensch aus deinem Blickfeld verschwunden. Der Raum verblasst. Du spürst das Gewicht der Trauer und es ist erdrückend. Angst einflößend. Sofort verstehst du die Sinnlosigkeit deines Lebens. Die Unmöglichkeit deiner Aufgabe. Die Zwecklosigkeit deiner Erfahrung. Deine Augen beschließen auszulaufen. Ach so, das soll es jetzt gewesen sein. Na gut, dann soll es das auch heute erstmal wieder gewesen sein. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ihr kommt wieder ein wenig mehr in die Welt von Genna eintauchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Gabro und ciao.